Ja, das ist einfach ein großer Verein. Ich habe mit dem Trainer gequatscht, mit Jonas Bolt geredet. Die haben mich einfach überzeugt. Ja, die haben mir den Plan aufgezeigt und der hat mich auch überzeugt. Und ja, der ganze Verein, da braucht man nicht drüber reden. Das hat einfach so eine große Strahlkraft und das ist einfach etwas Besonderes für den HSV spielen zu dürfen. Ja, ich hatte bisher eher schöne Erlebnisse hier. Mit Karlsruhe haben wir hier drei Minuten oder so 1-0 geführt. Da wurde es mal kurz ganz leise und da habe ich aber auch mitbekommen, wie laut es hier werden kann. Das hat mich auch sehr beeindruckt, als dann der HSV den Ausgleich geschossen hat. Das war schon sehr laut dann. Und ja, mit Kiel ist mir hier im ersten Spieltag ein schöner Treffer gelungen. Das war auch etwas Besonderes, werde ich auch nicht vergessen. Deshalb habe ich eigentlich positive Erinnerungen an das Stadion hier und ich freue mich. Ja, ich bin auf jeden Fall ein Teamplayer, würde ich sagen. Ich bin jetzt niemand, der groß aufhält, aber ich versuche immer meinen Job zu 100 Prozent zu erledigen. Ja, man wird mich jetzt nicht groß rumgrätschen sehen oder irgendwas, aber ich versuche einfach bestmöglich meinen Job zu erfüllen, das Beste zu geben, auch fürs Team. Und ich werde immer Gas geben, auch im Training. Und ja, das sind meine Stärken.